Hey, das ist ein großer Flieger, nur mit Ecken heizen hier. Da kannst du halten fliehen eigentlich mit dem Ding. Kommt auf die Halle drauf. Ja, das fliegt die Kurven. Das ist mit großen Ausschlägen, die haben wir eingestellt. Wieso? Das ist ja im Millimeterbereich. Jetzt müsst ihr hier mit dem Scheid. Hast du ein Gefühl? Ich hab kein Gefühl. Bei mir müssen die Ruder richtig hin und her. Hier. Das kommt dann wieder, wenn du das extra dann machst. Ja, wahrscheinlich nicht. Genau so ist es. Ein kleiner Ruder hier. Dann hast du ja gesehen, wir trudeln hier. Das würdest du jetzt nicht machen. Thomas, nee. Nein, Thomas, jetzt nicht. Wir könnten dir zwar jetzt erzählen, wie das ausleiten geht. Dann um das durch. Das war mein Gut. Dann bin ich drin und vorben. Dann bin ich drin und vorben. Ich dachte mir doch nicht, wenn ich das ausleiten bin. Dann bin ich drin und vorbeheben. Dann bin ich drin und vorbeheben. Das war nicht gewesen, doch, weil er noch nicht möglich sei. Na, jetzt den Terminkasten, gehst du in der Huhr. Faul oder nein, du kannst da einkreisen in der Huhr. Nicht schlimm, wenn du die Faulen klappst, kannst du noch mal huhen.